Das zweite Zusatzpaket beim E-Player Advanced Calendar öffnen wir heute und dazu könnt ihr natürlich was gewinnen, nämlich ein Injustice-Fanpaket. Das habe ich hier unten stehen. Dabei gibt es zwei T-Shirts zu Injustice in der Größe L. Dazu gibt es noch was Schönes, nämlich einen Arcade-Stick für die Xbox 360. Den habe ich hier hinten auch stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal das USB-Kabel dafür, für eure Xbox 360. Und wie das Ganze hier aussieht, ist hier hinten in einem Karton verpackt. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ihr könnt es doch gerne mal auf YouTube anschauen, beziehungsweise ihr könnt es euch mal hier im Hintergrund anschauen. Dann zeigen wir es euch nämlich. Das Ganze könnt ihr dann heute gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Kommentar unter dem Adventskanal dazu schreiben, advent.eplm.tv.de oder natürlich auch unter YouTube. Und schon könnt ihr das ganze Fanpaket gewinnen. Also zwei T-Shirts, den Arcade-Stick für die Xbox 360, das gibt es für euch heute zu gewinnen. Und damit wünsche ich euch natürlich viel Glück beim Gewinnen des Injustice-Fanpakets mit dem Arcade-Stick für die Xbox 360. Und macht fleißig mit bei unseren drei Adventskalendern-Türchen heute. Denn ihr könnt natürlich nicht nur den hier gewinnen, den Arcade-Stick, nein, ihr könnt auch zu Lego Movie was gewinnen. Und natürlich auch ein Magic Fast Cut Paket. Also macht fleißig mit, advent.eplm.tv.de die Adresse für euren Gewinn. Teilt und shared natürlich fleißig weiter und vielleicht gewinnt ihr ja auch. In diesem Sinne, dein Abendschluss, ganz wichtig, ist natürlich am 2. Februar Feiertag, also am 26. Dezember um 23.59 Uhr. Also macht fleißig mit und viel Glück! Mix böre. 1.5 Elektronik